Klebeband und Holz dann hast du eine Schiene. Ja weiß ich es ist ja alles im Auto. Ja ich hol's dir. Weil er baut ja zu lange er da ist. Ja das kann zu laut sagen. Das war ein Hühnchen ja. Das ist ein Lot auf Federn. Wo ist das Hühnchen? Eine Schiene, Holz, Klebeband und Stoff. Ja das war eine Aktion. War Hammer. Hammer eine Brücke jetzt. Das ist eine Hammerbrücke würde ich mal sagen. Und? Kreuzen wir die Schlüssel. Nicht die Strahlen kreuzen. Ich denke im Strahlkreuz. Das sage ich mir auch immer wenn ich auf dem Herrenklo bin. Na ja. Ist fertig. Sag das doch. Ja ja klar. Bin ich hier äh die Dinger abmachen. Haben wir doch gesagt. Ich dachte wir sind fertig. Ähm wo kämpft der denn jetzt schon wieder? Ähm wo kämpft der denn jetzt schon wieder? Wo kämpfst du denn? Frisch? Ja. Draußen. Brauchst du Hilfe? Ja. Alles gut. Ich wollte erst draußen alles frei machen. Ratet mal was ich in den ersten Dingen gefunden habe was ich gerade aufmach. Meine Schiene. Eine Schiene genau. Das fehlt ein bisschen gemein gerade. Egal. Also da schon mal. Dirk hier ist Ost. Dirk hier ist Ost. Dirk hier ist Ost. Überraschung von hinten. Ich denke da draußen ist alles frei. Ja. Entschuldigung. Dann hat mir gesagt ich soll vorbeikommen. Wer hat das gesagt? Welcher unwissende Mensch war das? kommt noch einer aus unterstützung ich glaube sie kommen aus der zwischendecke ja ist alles mitgenommen guck mal ob die aus der zwischendecke kamen haben sie nicht ja da hatte ich alles sonst mitgenommen wahrscheinlich kommen die da von oben wir schon mal zunächst aber hatte dirk schon dass du dirk auf das mache ich nicht reichen reichen so aus rein beruflichen gründen wenn wir einfach mal drüber reden aber ja ja alles klar ist der waschraum ja auch an ja ja und er kommt natürlich dann zu mir weil ich weil ihr alle 1 2 seit ist schon klar ich weiß schon was er beabsichtigt ich gehe eins höher ja jetzt hat er einen pfeil im bauch ja auch wenn man so kracht man muss sich konzentrieren zwischen trusson ich auch ich glaube wir kriegen davor noch mal besucht ja komm bemühe sich mal was mädel da kommen noch mal eine besuch ist tot ja ja und hier kommt auch noch mal einer so lässt du dir denn alle immer raus kommen ich weiß weil man sie nicht kennen kann vorher ja da ist das schon raus so zieht sie mal genau auf den schritt was ja nicht so zu tun ich habe das gesehen alle ja das rechner unten gehalten da kommt noch einer das weiß ich aber der guckt aber auch aggressiv hast sie sehen wie der mich angeguckt hat richtig übellaunig als ob dich die punkte stören würden dirk ja stören hier ist meine tür auf so hat er voll ungewohnt hallo also was du dann hier die toiletten hier hier alleine der offnung halber wenn ich dann irgendetwas wegschmeißen hier ich mache unten weiter da hat den fall genau im schritt jetzt muss man sich allerdings fragen ein bisschen wo er den schritt hat oben oder unten hat es die geschütze auch aufgestellt ja also sehen was der für grüne arme hat wo ist der wohl vorher damit gewesen ich musste bloß eben schnell noch mal zur alten base ich musste bloß eben schnell noch mal zur alten base weil ich keine lebensmittel mehr dabei hatte weil ich keine lebensmittel mehr dabei hatte das andere ist das andere ist das andere ist das andere ist die überlebt die haupt base wir finden weil wir im keller safe sind genau entschuldigung heute noch einer wegfahren nein entschuldigung wollte ich nicht das wollte ich nicht das wollte ich nicht das sagt sie dann immer ne ist ja jetzt schon aufgefallen naja versuchten zu verarschen ja ja so ein bisschen mit absicht warum solltest du das nicht tun ne das ist ja vielmehr die frage echt mal ich ignorier euch jetzt einfach wieso womit haben wir das verdient ich weiß es nicht mit links mit rechts ein schritt nach vorn ein schritt nach zurück ich habe nichts zu trinken leute aber schaut warum jetzt habe ich mir den magen noch verdorben herrlich warum was denn so war hallo hallo du da trinken hallo hallo essen könnte ich jetzt auch gebrauchen was musst du brauchen hallo da essen ja ha danke hallo 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 im radio hallo haben wir noch was was ich weg tun kann was ich lohne fletsch Wir schmeißen ja Gras ein. Das weiß ich auch nicht. Ich bin ja allein gezogen, ja. Und das ganz allein gezogen. Der Gras. Ganz allein. So muss es sein. Schau dir einen rein. Und ich ziehe meine Lein. Du bist ein Schwein. So muss es sein. Schau dir einen rein. So darf es nicht sein. Ist der nächste Fahrzeug. Nein, ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Warum haben wir nur ein Fahrzeug? Mann, 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 Mann. Du bist ein Fahrradfahren. Ich wollte nur mir fallen tun. Du, mein Fahrradfahrt. Jetzt machst du mir einen Vorwurf da draus oder was? Da, komm rein. Na, hier. Wer macht denn da sowas drin? Klamotten. Ich? Zerlegen, kann man alles zerlegen. Ich brauche kein Mensch mehr. Oh, hier ist noch was zu essen. Die ganze Welt gelootet und nicht das Richtige gefunden hier. Die können doch kurzen. Da kommt so ein, äh, springender Zombie. Auch ein springender. Ist das auch ein singender Zombie? Ist mir noch nie entgegengekommen, ein singender Zombie. Und macht sich dabei in die Beine. Ich fahr mal los. Oh, da ist ein Bunis. Was? Da ist ein Eisenfall. Oh, danke. Also ich alles. Ich habe mir alles genommen. Die Beleuchtung in der neuen Base sieht schon mal gut aus. Passt von der Entfernung her. Ja, ich habe gerade gemerkt, dass das Problem ist. Seid ihr noch ein bisschen beim Auto, aber wir fahren jetzt los, würde ich sagen, oder? So, mit Harry Bessich, warum ist eh jetzt auf einmal Hupen? Weiß ich nicht. Warum hat eh Hupen? Ähm, Papa, ich komme nicht in das Auto rein. Du kommst nicht in das Auto rein? Nein, ich kann nur Hupen. Hä? Wie geht die Autobacke oder was? Ich komme zurück. Das funktioniert nicht, ich gucke, ich drücke eh unter dem Puck. Ich habe, drücke eh. Wir sind los, Dirk. Ja, ich auch. Wo bist du denn? beamt noch eine Straße nach Süden. Auf der Straße nach Süden. ausgefunden sagt doch was das war ich jetzt kaputt warum ist das auto bei 99 prozent wie hast du das gemacht okay wusste ich nicht was geht sehr gut wusste ich auch nicht ich habe einfach irgendwie gedrückt und dann hat er das repariert was ihr wisst nicht dass man die sachen operieren kann nein du verstehst wieder nur der reparieren haben wir schon gewusst dass man das auto reparieren kann mit dem repair kit ja das ist cool das ist eigentlich das standard gebäude nur ein bisschen erweitert weil dirk ein mädchen ist du bist auch ein mädchen aber du bist auch ein mädchen muss doch nicht so persönlich wort riesen füße noch nie aufgefallen lecker fanny gut für jeden fuß fettisch ist jetzt ja bring mal mit dann stellt uns mal den jan vor wo ist denn der grüne ich glaube gerade vor ihm weg weil ich ihn ja nicht jetzt werden sie auch jetzt jetzt werden sie aber aufdringlich ich habe sogar noch gefunden von mir direkt hier messen gefunden so muss sein hier bin ich das habe ich was zu essen gefunden super aber nicht also hier sieht ja schon mal nicht schlecht aus naja zum bluten ist aber nix wenn der zunge die ganze zeit hier oben der terrasse ist auch nicht schlecht also in särgen findet man sehr gut ja woran liegt das wohl da darf man sich ehrlich fragen wann ist derjenige denn gestorben nicht bleiben genau an der bleibe also ich werde die richtigen bücher hast finde ich da wenn die school die für die auch cool also in vorkommen bei dir hat sich so jetzt gucken auf das auto wieder ich weiß es nicht das auto verriegen kommt daher ganz unangekündigt dem ist übel geworden du hast du dich gehoben nehmen abbrechen nö aufschließen so versuche jetzt noch mal ja irgendjemand hat das abgeschlossen das auto als kein nur der macht haben wir auch ja wo ist jetzt mein fahrrad ist einfach nur das hat dir wahrscheinlich gemacht damit das war ich glaube ich habe das aufgehoben oder ich hoffe es wo wolle jetzt warte ich bin gerade hier loot an verfrachten das klingt auch ein bisschen verkehrter und so sagt ich habe ein pfeil für dich oder wir können ich weiß nicht ob überhaupt noch weiter richtung richtung westen westen ist das westen doch westen muss ja gehen soll weiter richtung westen wo geht es denn dahin sekunde da geht so ein richtiges loch und da gehe ich jetzt mal zu fuß runter das will ich jetzt mal wissen so ein richtiger schacht hier nach unten ganz tief hier ist aber nix bleibt da kommt immer hoch hier ist nichts schade ich dachte führt auch irgendwo hin der weg unter den weg runter gegangen einfach mal aus neugier ob der weg dann auch irgendwo hin führt was besonderes oder sowas aber hier ist nichts sollte das auto noch unterschieben ja wohl da ist etwas cool wir sind auto abgestürzt bisschen abgestürztes auto steckt so im boden drin ja auch ganz nix raus keine ahnung ich muss gerade mein zombie kennen und ich bin natürlich wieder vergiftet gut dass du in der schiene gefunden hast ja diesem auto glaube ich jetzt habe ich gerade benutzt zumindest was zu trinken hier das ist ja schon mal gut ja suchen kannst das auto nicht steckt hat hier nur im boden drin sieht auf jeden fall sehr spektakulär aus aber das ist auch eine kaputte brücke direkt darüber da ist ja quasi die brücke runter der gefahren soll das darstellen das ist cool dann können wir ja da weitermachen ja 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 ich komme gleich wieder ich will jetzt nur mal gucken ob vielleicht hier noch mehr zu gucken ist wo ist eine kaputte puppe sonst scheint hier nichts zu sein weil sieht schon cool aus hier durch seine schlucht zu laufen ja da fahren wir jetzt aber mal hin das sieht interessant aus woher wusste ich dass du das sagst ja wir müssen ja überall im auto hinkommen ja also ich finde das so ein sinnvolles bauprojekt mal ganz davon abgesehen hier kommt noch was sekunde hier kommt irgendwie so eine indianische stadt hier so ein so ein wie heißt das pueblo ja das ist hier so ein so ein gebäude was quasi in den in den mauern eingelassen worden ist total cool das nutze ich jetzt aber nicht dass wenn da machen wir das zusammen ich gucke noch was ob noch mehr kommt hier glaubt nur dass er wahrscheinlich von zwei seiten arbeiten muss wieso weil wir die weite sonst nicht hin weil wir runterfahren sind noch tot ja mit sicherheit so hoch wie das ist ja echt wie lang ist das hier ist doch richtig da fahren wir sich hier ist die brücke da ist irgendein schacht in der in der wand kommt ich bin immer noch in dem tal also hinter der brücke in den tal das tal endet jetzt hier da wo auch die leiter ist die hoch geht ich gucke mal wo das hinführt ja das ist ja super schön hier gemacht ich bin gerade absolut begeistert von der ideenreichtum ich habe das gefühl dass das nicht gehen wird weil ich glaube nicht dass du von da unten aus den pfeiler hochbauen wird ja den pfeiler könnte ich höchstens anbauen weil ich ja unten bin ja ja ganz schnell man sich fallen lässt man muss sich ja nicht fallen dass man muss kann ja auch an der wand entlang an der wand entlang gleiten das klingt aber also hier ist eine mine ich glaube ich habe die mine gerade entdeckt so richtiges minensystem ist ja der hammer also ich gehe da aber nicht rein weil ich finde das ist cooler wenn man das zusammen entdecken ja aber ich versuche mich mal hier irgendwie hoch zu bauen ja klar das versuche ich ja gerade wir sind auf der seite wo das auto vorne drauf steht theoretisch wenn ich jetzt in falsch haben hätte könnte hier runterspringen gibt es doch keine ahnung ich weiß wie ich dahin komme jetzt den block nicht dahin will er mich verarschen ganz einfach da an der seite runter gehen ja ich muss auch auf der anderen versuche mal in der mauer mich entlang hoch zu bauen warum wie sagt man so schön weil es kann es kann weil es kann weil es kann ist genau also wenn ein schild auftaucht road closed sollte man nicht weiter fahren wusstest du das nicht aber ja ich suche den letzten kiste hier gefunden auch nicht schlecht da scheint noch ein häuschen hier zu sein und mal gucken wie ich da hinkommen was da nicht mal alles ich denke wollte es nicht ohne uns tut mir tue ich ja auch nicht ich kletter ja nach oben das liegt also auf dem weg nach oben ja ja hör auf die haus zu reden wir wissen es doch aber das ist noch ein minenschacht ok wie komme ich jetzt weiter hier hoch ich höre dich ja sorry ich muss jetzt irgendwie hier hoch kommen das ist nicht ganz so einfach ja ja aber die leiter für nur bis zum minenschacht und der minenschacht ist gerade mal ein drittel von der eigentlichen tiefe von diesem von diesem tal hier total ja das tal hat leider keinen keinen ausgang ach ihr seid doch alle ich jetzt ich glaube du fühlst dich gerade ein bisschen verarscht oder ne das ist mobbing ja auch nicht genau ich fühle mich gemobbt es hättet ihr euch jetzt so ein wischmopp genommen so fühle ich mich jetzt wenn jetzt so eine scheiß krähe kommt während ich hier am steil lang hängen da werde ich aber sauer genau hast du gehört alle ja wenn du mich weiter mobster kriegst du keine käse rolle und du musst gleich ausmachen denken ganz davon abgesehen ja ich bin fast oben so ich bin oben ja und hier ist das oberteil von dieser so jetzt muss ich ja fahrrad nehmen wieder und dann komme ich zu euch geradelt das ist ja hier in cool ach da ist noch ein gebäude das kann man auch noch looten bis wir bluten es ist interessant immer einfach so wie sie es ja stört so wie hier oben fährt okay das sonst noch so interessantes gefunden gerade oha nur vom motor absteigen in dieser region könnte tödlich sein boah ist ja der hammer hier danke ich bin fast gegen die euro gefahren schreck und ich bin ja auch eingebracht ja eben als ich da vorne stand das ist interessant wir brauchen einen Pfeiler papa du kannst wieder runterklettern weißt du was du mich jetzt kannst rechts und links und kreuz und quer auch noch eigentlich brauch ich holz holzi 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 holz wir müssen wieder runter wir müssen wieder runter wieso hält das musst du halten nee ich glaub das hat das Loch kriegen wir so zu 1 2 3 4 5 6 7 was du machen du bist so ruhig ich baue gerade gittert mal das hält so nicht ach so unten in die fenster ja und rund um die zäune drum ja wie gesagt also ich hab äh ah ok aber warum hält das dann nicht an dem auto dran das auto wegnehmen ne das einfachste da glaub ich mich nicht der recht zu sagen kannst du probieren wie war das eben mit no risk of fun so jetzt bin ich gleich einmal durch die scherstörte durch aber ich hab den trailer nicht gefunden also eigentlich müssen wir nicht so ich hab's weggenommen ist nicht zusammengebrochen da geht's wieder Richtung Stadt ich hab grad gedacht es liegt es runter das wär natürlich eklig gewesen so gucken ob der Holzblock jetzt zählt wenn mir eben was passiert dann fangen wir mal zurück zur base dann würde ich nicht später leer auf beiden Seiten so ein Ding bauen so wie wir halt angefangen haben weißt du ja zwei breit und dann du meinst die nächste Rolle können wir machen da ja ne ich würd sagen ja na ne hält nicht bricht ab da muss ein Ständer von unten ich mein von wenn Alea noch breiter bauen würde also du musst eigentlich noch tiefer bauen können ja ich kann aber irgendwie nicht bauen ja es hat Formelei aber das geht schon ja ey mach mal schon auch eine ne 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 ja ried da li hier läuft du jota dann werbungsverboten das musste dein video als werbung kennzeichnen und du machst wieder extrem lange aufnahmen ich bin da auch jetzt die folge da hast du recht gehe ich danke euch fürs zuhören und ja du musst wieder zurück zu dem haus was wir gelootet haben was du da hinten auch noch siehst da geht ein weg runter in die schlucht und bedanken euch fürs zusehen bis dann tschüss